Wir sind in Lotzviel bei der Eschlimann Mühle. Unser Markt befindet sich in der ganzen Schweiz. Wir machen Mehl für Lebensmittel, für Bäckereien. Wir haben ein grosses Spezialitätenprogramm. Ich führe mit meinem Team von neun Menschen die ganze Mühle, die ganze Abwicklung von Einkauf über Produktion über Logistik, Lagerung, über Qualitätskontrollen. Bevor wir SAP Business One eingesetzt haben, hatten wir verschiedene Systeme und wir waren einfach nie zufrieden. Dann haben wir uns SAP Business One angeschaut und da haben wir das ganze Paket erhalten und ganz präzise Zahlen, ganz präzise Abläufe, wo unsere Prozesse ganz klar unterstützt haben. Darum haben wir am Schluss uns für SAP Business One entschieden. Also als wir SAP Business One kennengelernt haben bei ANG Schweiz, war unsere Anforderung, dass eine Kauffrau, ein Müller und ein Transportler das bedienen können müssen. Dann hieß es, das sei kein Problem, das kann jedermann. Also wir können das nur bestätigen, haben das gut gelernt, haben direkten Zugriff und können auch die Arbeiten selbstständig erledigen. Das funktioniert perfekt. Wir wollen stetig wachsen. Wir wollen aber durch unser Wachsen unsere Qualität beim Produkt beibehalten oder auch da immer wieder verbessern, mehr Produkte anbieten, andere Produkte, dass wir vielleicht noch in andere Getreidesorten reingehen. Mit der ANG Schweiz haben wir einen sehr guten Partner erwischt mit sehr guter Unterstützung. Also wenn wir ein Problem haben, wird das sofort erledigt. Das funktioniert immer und es läuft auch immer wieder schnell. Also die ANG Schweiz hat uns empfohlen, bei SAP Business One das PPS One einzubauen als Add-on. Also das heisst, wir können jetzt die Produktion auch über SAP Business One abwickeln. Das bringt auch wieder den Vorteil, dass wir jederzeit wissen, was wir wo verdienen und wie viel wir verdienen. Also SAP Business One bedeutet für mich persönlich, ein gutes, zuverlässiges Arbeitsmittel erhalten zu haben, damit wir unsere Firma weiterentwickeln können. Die Entwicklung geht weiter, es wird neue Produkte geben, es wird andere Maschinen geben und für das brauchen wir das ganze Paket. Also wir brauchen gute Maschinen, gute Menschen und SAP Business One. Sie haben eine Fertigungen mit einem Teil einer Fertigenden Kusscherns. Also wir brauchen gute Maschinen, gute Maschinen. Sie haben eine Fertigende Kusschern noch im Grunde genommen. Sie haben eine Fertigende Kusschern für die Familie in den Fertigenden Kusschern. Was ich geschah, als erledigt ist?